Eschenbach produziert seit rund dreieinhalb Jahrzehnten Zeltbausysteme von klein bis groß, auch im Bereich Industriehallen, Lagerhallen und im Eventbereich. Das größte Highlight unserer Firmengeschichte war 2010 die Fußball-WM in Südafrika, dieses Jahr die Europameisterschaft in Südfrankreich. Der Antrieb ist erstmal unsere Familienunternehmen mit fast 35 Jahren hier am Standort Bad Königshofen weiterzuführen mit guten Technikern, neuen Ingenieuren und vor allem durch ständige Erweiterung unserer Produktionsstandorte mit modernsten Maschinen. Das ist eigentlich mein Ziel. Wir sind immer angehalten mit dem Markt mitzugehen, mitzuschwimmen. Wir haben Anfang letzten Jahres einen Markenrelanche vollzogen. Wir haben uns nach über 30 Jahren von Eschenbach Zeltbau auf Eschenbach temporäre Architektur umbenannt, weil eben der Zeltbau sich dementsprechend neu ausgerichtet hat. In dem langen Zyklus, wo wir uns schon bewegen, ist Qualität ein ganz wichtiges Merkmal. Durch Qualität im Endeffekt binden wir unsere Kunden an uns. Durch gute Kundenbindung wachsen wir. Wir kriegen im Endeffekt neue Referenzen und das ist für mich ein ganz wichtiger Anspruch, dass wir einfach unsere Produkte, die wir ständig erneuern, einfach gut präsentieren durch hohe Qualitätsstandarde.